Hallo Leute, hier ist der WWE-Sammler14 Ups, da ist gleich die Kamera ein bisschen geflogen Ein bisschen gerüttelt Ja, hier ist der WWE-Sammler14 Und ich hab heute Nein, das ist keine TCBM Ja, okay, eigentlich schon Aber von Ebay eine TCBM Ja, und was da drinnen ist Das zeig ich euch jetzt mal Boah, ja, das ist ja mal episch Wir hätten Fünf Pokémon Japanische Pokémon Dark Rush Booster Wartet schnell Ich hol nur schnell eine Schere, weil Die gehen immer sehr schwer auf Okay, ich hab die Schere geholt Okay Weil ich will nämlich Die Packs, die Artworks Sind eh nur so arg Ich will nämlich ein Pack Verpackt lassen Ich schneid mal an Ich hoffe, ich schneid hier nicht gleich alles Ja, das ist Gut aufgegangen, perfekt Muss man mehr oder weniger sagen Wie geht hier denn der Karten zurück? Ich hab keine Ahnung Ich mach's jetzt einfach mal so Hätten wir ein Das wär Ein Joltik Evoli Mandibus Ich kann's jetzt nur auf Deutsch und Englisch sagen Ich weiß nicht, wie's anders geht Ein Terrybug Und ein Stahllobohr Und ein Stahllobohr Ja So Kein guter Pull Ich weiß gar nicht, ob hier Ne, hier war keine Rare drin Okay Nächster Pack Mal gucken, ob hier eine Rare drin ist Also wenn, dann ist die Rare Irgendwann Hier Ich weiß es wirklich nicht Kannst du nicht Ich kann's euch nicht sagen, Leute Janera Minun Ein Lashuking Genial Ein Hydragil Glaube ich Und ein Ignivor Bis jetzt Immer noch keine Rare Glaube ich Ich weiß es Ihr könnt mich einmal anschreiben Wenn ihr wisst, ob das Rare sind Könnt ihr mich gerne anschreiben Wie geht jetzt der Kapp Ich kann's euch wirklich nicht sagen, Leute Ne, wartet Ich 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 Weiß es nicht Ich weiß es wirklich nicht Schnuthelm Yorklef Irgendwann Hammer Ich glaub, der ist gut Flammara Geil Ich liebe es Und die Rare Darkrai EX Leute Zwar auf Japanisch Aber scheiß das an Darkrai EX Episch Das steht auf jeden Fall nicht zum Tausch Mein erster japanische EX Hammer genial Nächstes Pack Ich glaub, das scheint sehr gut zu sein Das Darkrai Komm, Pack ist so auf Ich will dich nicht zerstören Ich will eins mit oben Rand haben Nein Ich versuch's jetzt mal Oh, die gehen ja richtig Schwierig, richtig schwer Auf Suche ich mal von unten Ich versuch's mal von unten aufzumachen Da ist es ein bisschen gegangen Aber Das geht hier trotzdem nicht Ich glaub, das ist die Rare Die zweite von vorne Das Fletiamo Das ist die Ruine da Was es da im Spiel gibt Diese Ruine Ein Psyana Jawohl Das wollte ich unbedingt haben Ein Tynamo Und Ich weiß nicht, ob das die Rare ist Nein, sicherlich nicht Ein Flemly Also mit einer EX bin ich auf jeden Fall schon richtig zufrieden Ich mach's jetzt mal Wie mach ich das Pack Ich will das jetzt unbedingt Mein Gott, ich will jetzt hier Eins Haben das nicht Zerreißt, aber Das kannst du wohl knicken Die sind, das ist wieder gerissen Eine Holo wär noch schön Eine Holo wär auf jeden Fall noch schön Ein Minun Bisasam Wasserstein Oder was ist das Ich weiß es nicht Hydragil Oder Ich weiß nicht, wie das gleich wieder heißt Und ein Klinfa Okay Ne, das Waren schon gute Packs Obwohl jetzt nicht Also ein U heißt ja Ankommen C heißt Kammen Und R heißt Rare Da haben wir halt nur dieses Darkrai EX Nur Anführungszeichen Nur Oder Wartend Ich weiß es gar nicht genau Auf jeden Fall Das Set werde ich auf jeden Fall sammeln Auf japanisch Ich weiß es nicht Ob ich es Auf japanisch sammeln werde Wenn der Typ Da wo ich es bestellt habe Noch mehr hat Ich kann es euch nicht sagen Auf jeden Fall Dieses hammergeile Darkrai EX Äh Steht nicht zum Tausch Hammergeil Und Das war es von mir Und Ich sage dann Tschüss Bis dann Und danke fürs Zukunft Tschau Leute Tschau Leute Tschau Leute Tschau Leute Untertitelung des ZDF, 2020